Das niederländische Glaubensbekenntnis Artikel 21 Von der Genugtuung Christi für unsere Sünden Wir glauben, dass Jesus Christus der Hohepriester ist, in Ewigkeit mit einem Schwur eingesetzt, nach der Ordnung Melchizedeks, der sich für uns dem Vater zur Versöhnung seines Zornes mit völliger Genugtuung darbot, indem er sich selbst auf den Altar des Kreuzes stellte und sein kostbares Blut zur Abwaschung unserer Sünden vergoss, wie dies die Propheten vorhergesagt hatten. Denn es ist geschrieben, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und er ist unter die Sünder und Übertreter gezählt. Und er ist von Pontius Pilatus wie ein Missertäter verurteilt, obgleich er ihn vorher für unschuldig erklärte. Was er nie genommen hatte, hat er bezahlt. Und als Gerechter hat er für Ungerechte gelitten, und zwar sowohl an seiner Seele als auch an seinem Leib, sodass er, indem er die furchtbare Strafe fühlte, die wir für unsere Sünden verdient hätten, Blut und Wasser schwitzte und endlich ausrief, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dies alles ertrug er zur Vergebung unserer Sünden. Deshalb sagen wir mit Recht mit dem heiligen Paulus, dass wir uns nicht dafür halten, dass wir etwas wissen, denn Jesus Christus und denselbigen gekreuzigt, ja, dass wir alles für Dreck erachten, um der überschwänglichen Erkenntnis unseres Herrn Jesu Christi willen, da wir in seinen Wunden Trost aller Art finden. Deshalb ist es durchaus nicht nötig, dass wir irgendeine andere Weise wünschen oder selbst erdenken, auf die wir mit Gott wieder versöhnt werden können, außer dieses einzige und einmal vollbrachte Opfer, durch welches alle Gläubigen, welche geheiligt werden, in Ewigkeit geweiht und vollkommen gemacht sind. Und das ist der Grund, weshalb er selbst vom Engel Jesus genannt ist. Das ist Erretter, weil er sein Volk selig machen sollte von seinen Sünden. Das ist Erretter,